Und wir gehen jetzt auch weiter mit dem zweiten Text zum Thema, zu der Aufgabe Sprachbausteine zu berufsbezogenen DTB-D2-Prüfungen an Telekom. Oh, das ist jetzt nicht das. Okay, kein Problem. Das ist jetzt eine allgemeindeutsche B2-Prüfung, sehe ich gerade. Das ist der informelle Brief, das ist dann ZELK B2, allgemeindeutsch, also nicht DTB. Nichtsdestotrotz kann man diese Fertigkeit auch dran, also Grammatik, Wortschatz, Satzbau, Sprachstil sehr gut auch dran üben. Also verzweifelt euch nicht, wenn ihr jetzt nicht genügend Materialien findet. Wir haben zwar oder es gibt zwar schon mehr Bücher auf dem Markt, zum Glück. Nichtsdestotrotz würde ich auch alles nehmen, was ich finde im Internet, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite. Auch wenn es jetzt zum Beispiel eine berufsbezogene Deutschprüfung sein sollte, die Kompetenzen sind die gleichen, nur das Thema ist ein anderes, ist okay. Liebe Daniela, gut, das ist ein informeller Text, wir wissen nicht, wer das geschrieben hat. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, okay. Sie schreibt, okay, globales Verständnis oder verstehe nochmals, Prüfung, okay. Die Freundin hat, die andere Freundin, die Daniela ein bisschen vernachlässigt, mit dem Schreiben, okay. Und sie will, sagen wir mal, die Anna will jetzt mit Daniela nach London fahren oder fliegen. Okay, here we go. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gewissen, denn wollte ich dir schon vor zwei Monaten schreiben. Denn. Denn ist eine Konjunktion mit Position 0. Das heißt, das ist alles richtig. Wollte steht an Position 2, jetzt brauchen wir etwas. Es muss nicht unbedingt das Subjekt sein, denn. Außerdem eigentlich oder überhaupt. Außerdem wäre eine Aufzählung, überhaupt passt hier nicht, denn überhaupt, das hat eine andere Bedeutung. Denn eigentlich, eigentlich ist ein restriktives, ein einschränkendes Adverb, denn eigentlich wollte ich dir schon vor zwei Monaten schreiben. Aber du weißt ja, wie das ist, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet. Ach ja, genau. Wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet hat, jetzt fehlt uns das Subjekt. Wer hat? Hat man überhaupt keine Zeit mehr für seine Hobbys? Alles dreht sich nur noch ums Lernen. Okay, folgendes und das ist immer wichtig. Ihr seht ja, wir haben jetzt im Nebensatz das Subjekt Mann und es geht hier auch um das gleiche Subjekt. Bitte, 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 passt auf, dass ihr nicht, mal keine Ahnung, aus einer lustigen Idee das Subjekt er nehmt. Weil er ist er, sie ist sie, es ist es und man ist man. Okay, das ist ein anderes Personalpronomen. Mann, das sind Frauen und Männer und wirklich alles. Ja, alle Menschen, alle Geschlechter. Okay, MD, MWD, WMD, DWM, alles Mögliche. Vielleicht auch die Aliens, wissen wir noch nicht. Okay. Okay, also wir bleiben bei Mann, wenn das Nominativ ist, ja. Und das ist ja Nominativ, weil wir das Subjekt brauchen. Nun habe ich es aber geschafft. Ach, guck mal, okay, überhaupt, ja. Was ist die Bedeutung von überhaupt? Und hier überhaupt, also gar keine Zeit, ja. Also das hätte hier zum Beispiel überhaupt gar nicht gepasst, ja. Gar nicht, gar nicht wollte. Also das passt irgendwie, überhaupt keine Zeit. Das ist ein steigendes Adverb, okay. Nun habe ich es aber geschafft. Gestern war die Prüfung und ich bin zuversichtlich, es ist optimistisch, hoffnungsvoll, dass ich sie bestanden habe. Mein Freund mit Hilfe. Es mir überhaupt nicht möglich, Entschuldigung, es mir überhaupt nur möglich war, diese ganze Zeit zu, das stimmt dann Infinitiv, hat mich für heute Abend in ein tolles Restaurant eingeladen. Okay, das muss wieder wohl ein Relativsatz sein. Das heißt, sie spricht über ihren Freund, mein Freund und dieser Freund hat geholfen und wir haben eine Präposition mit. Und wir brauchen ein Possessivität, also das ist ein Relativpronomen im Genitiv, beziehungsweise, genau, im Genitiv, weil wir hier eine Possessivität, eine possessive Konstruktion ausdrücken wollen. Man würde sagen, das ist mein Freund, Punkt, mit seiner Hilfe hätte ich die Prüfung gar nicht verstanden, zum Beispiel, okay. Aber sobald wir uns in einem Relativsatz befinden, sozusagen, oder einen Relativsatz machen, dann kommt das Possessivpronomen seiner, ihr und so weiter weg. Das können wir da hier nicht mehr benutzen, wir brauchen ein Relativpronomen im Genitiv, mit, und das ist ein Mann, mit, der, dessen, seiner geht, wie gesagt, nicht, dessen, ja, dessen Hilfe es mir überhaupt nur möglich war, diese ganze Zeit zu, na was, übersetzen? Überstehen, nein, ich kann ja nur Texte übersetzen, überstehen, ja, das heißt, eine Zeit überstehen, eine schlimme Phase oder eine Krise überstehen, das bedeutet, noch bis zum Ende lebendig bleiben, also nicht irgendwie in Depression zu geraten oder nicht sterben oder was auch immer. Übertragen kann man, kann man, zum Beispiel Daten, ja, aus dem einen Dokument ins andere, whatever, oder ein Fernseh, ein Fußballspiel übertragen, ja, also über, zu überstehen. Hat mich für heute Abend in ein tolles Restaurant eingeladen, danach gehen wir auch noch tanzen. In dem letzten Brief hast du mich gefragt, mhm, okay, hier kommt eine Frage, also Zweifel, oder eine Frage, jetzt kommt eine indirekte Frage, ich Lust hätte, bei indirekten Fragen, wenn das jetzt, genau, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ist es ob oder eine W-Frage, wann ich Lust hätte zum Beispiel, oder wieso ich Lust hätte, oder eben, ob ich Lust hätte, hättest du Lust, hast du Lust, ja, gucken wir mal, was sie uns angeboten wird, genau, ob, ob ich Lust hätte, mit dir zusammen ein Wochenende in London zu verbringen. Natürlich habe ich Lust, natürlich habe ich Lust, nach dem ganzen Stress der letzten Wochen, fände ich es super, mal ein paar Tage lang mit einer Freundin etwas Tolles zu, na, Unternehmen, verbringen oder verplanen. Etwas unternehmen heißt es, das bedeutet etwas machen, und hier steht ja auch etwas, etwas Tolles zu unternehmen, das braucht ein Akkusativ, verbringen, das passt zur Zeit, Zeitform, also das Wochenende zu verbringen, zum Beispiel, oder drei Tage in London zu verbringen, ja. Und verplanen, ich bin schon verplant, da habe ich schon ein anderes Programm, also Tolles zu unternehmen, London ist eine wunderbare Stadt, ich habe schon viele Berichte darüber gelesen, ich würde mich, mhm, besonders, mhm, die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren, aha, okay, sich interessieren ist das Verb, braucht ein Präpositionalobjekt, und das heißt, das ist dann das für, ich würde mich, ich würde mich, und wo ist das dann hier, kommt für wahrscheinlich, besonders, ich würde, der Satz könnte auch ohne hier weitere Ergänzungen noch gut, ganz gut und klar stehen, okay, der Autor, die Autorin wollte noch was haben, dann ist es wahrscheinlich ein Adverb zu dem, ähm, ähm, zu dem anderen Adverb, genau, besonders ist ja ein Adverb, und zwei, drei Adverbien, oder zwei Adverbien können sehr gut neben einem da stehen, das eine stört das andere nicht, sie steigern sich halt, also, beziehungsweise das eine Adverb steigert, verstärkt die Bedeutung des anderen Adverbs, und zwar, das könnte hier passen, ganz besonders, recht besonders, zwar, zwar ist ja kein Adverb, in diesem Sinne, ich würde mich, recht besonders, recht besonders, ganz besonders, ganz, okay, ganz besonders, ähm, für die Tate Gallery und das Filmmuseum interessieren, ganz besonders, recht besonders, sagt man nicht, äh, äh, die Prüfung war ganz gut, oder recht gut, das kann man machen, aber mit besonders, das passt so stilistisch nicht, von der Bedeutung hier auch nicht, mach, ähm, imperativ, einfach ein paar Vorschläge, wann du Zeit hast, es ist wieder, ähm, genau, ähm, was Schönes, mach, wo bin ich, 29, ähm, alles klar, mach doch, ne, mach bestimmt, mach sicher, mach doch, ja, das ist ein Modalpartikel, mach doch mal, komm doch mal, isst doch mal, mach doch einfach, oder mach doch mal, könnte auch man sagen, oder mach mal, ja, also doch mal, oder einzeln, mach mal, oder mach doch, mach doch einfach ein paar Vorschläge, wann du Zeit hast, ich bin sicher, dass wir, mhm, auf ein Wochenende einigen können, das Verb heißt, sich einigen, auf etwas, dass wir, reflexiv Pronomen, akkusativ dann, dass wir uns, c, auf ein Wochenende einigen können, in der Zwischenzeit, ducke ich schon ein paar, ducke ich schon mal ein paar Angebote aus dem Internet aus, preiswerte Flüge, ein schönes und günstiges Hotel für uns, und so weiter, ich freue mich schon auf deinen nächsten Brief und ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video. Dankeschön.